In diesem Video geht es um Gedächtnistraining für Senioren und für Menschen mit Demenz. Kennst du die Situation, wenn du merkst, dass ein gelebter Mensch langsam die Namen seiner Enkelkinder vergisst oder Schwierigkeiten hat, alltägliche Aufgaben zu bewältigen oder dir selbst bewusst wird, dass du immer wieder Dinge vergisst? Kommt dir das Problem bekannt vor? Diese Situation erleben viele gerade in diesem Moment. Es löst Gefühle von Hilfslosigkeit und Sorge aus und spricht das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Fürsorge für uns und unsere Liebsten an. Es ist frustrierend zu sehen, wie die kognitive Gesundheit eines geliebten Menschen weiter abnimmt, ohne zu wissen, wie man effektiv helfen kann. Wenn auch du das Ziel erreichen möchtest, die kognitive Gesundheit und das eigene Wohlbefinden oder deines geliebten Menschen so lange wie möglich zu erhalten und zu fördern, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Mein Name ist Alexander Lerch und durch meine jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Gedächtnistrainingsprogrammen im Zuge von verschiedensten Forschungsprojekten für Senioren mit Demenz, es waren insgesamt 43.000 Forschungsstunden, was wir im Team gebraucht haben, weiß ich ganz genau, welche Strategien und Übungen am effektivsten sind. Klicke auf den Link und melde dich gleich an. Was erwartet dich in diesem Online-Webinar? Praktische Tipps, wie du durch spezifisches Training die Gedächtnisleistung und Selbstständigkeit für dich und deine Liebsten verbessern kannst. Strategien zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und zur Reduktion von Isolation. Einfache, täglich anwendbare Übungen, die speziell für die Bedürfnisse von Senioren und Menschen mit Demenz zugeschnitten sind. Klicke jetzt auf den Link rechts unten und melde dich an. Du selbst und ein geliebter Mensch kann länger ein selbstbestimmtes Leben führen. Und du findest Ruhe im Wissen, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden zu fördern. Welchen Nachteil hat er, wenn er nicht handelt? Ohne diese spezifischen Strategien und Kenntnisse könnte die Verschlechterung der kognitiven Funktionen unnötig beschleunigt werden. Die Plätze für unser kostenloses Online-Webinar sind begrenzt und je früher du beginnst, desto eher kannst du positive Veränderungen bewirken. Verpasse nicht die Chance, ein unterstützendes und förderliches Umfeld für dich und deines geliebten Menschen zu schaffen. Klicke jetzt auf den Link unten, um dich für unser kostenloses Webinar anzumelden und den ersten Schritt zu einem erfüllten, selbstständigeren Leben für dich und deine Liebsten zu machen. Warte nicht, bis es zu spät ist. Handle jetzt und mache den Unterschied. Klicke jetzt auf den Link rechts unten und melde dich an. Ich freue mich auf einen Kennenlernen.